Oh mein Gott, meine Friseurin darf alles mit meinen mega langen Haaren machen. Ich war zum ersten Mal seit knapp einem Jahr beim Friseur und die wachsen mir mittlerweile schon über den Hintern. Und ich hatte so Schiss, aber ich vertraue meiner Friseurin und ihr seht, sie hat schon begonnen ziemlich viel vorne weg zu schneiden. Aber ja, wir haben sie lang gelassen und ihr glaubt nicht, wie lang sie sind. Wir haben sie abgemessen.